The Ballad of Ash, das große Finale. Mit Jörn neun Mann in der Band gehabt und der hat dann einen Song mitgebracht. Bezieht sich auf die Tanz der Teufel Trilogie und da ganz ganz besonders natürlich auf den dritten Teil Army of Darkness. Vereint nochmal alles, was so davor auf dem Album passiert ist, finde ich. Zeitlupen-Intro. Schön, du mich. So viele Melodien. Aber auch richtig harte Parts. Das ist, glaube ich, echt das Komplexeste, was es bei Next Cemetery je gegeben hat. Da lass uns nochmal so richtig Zeit. So schnell kommt ihr nicht aus der Nummer raus, Leute. Klaatu, Verata, Nektu.